Der Dschungel verschlingt alles. Er holt sich die Schwachen, nicht die Starken. Der Film der Woche. Nach Jahren in der Zivilisation kehrt er zurück, um das zu schützen, was er liebt. Dabei gerät er in eine gefährliche Intrige aus Rache und Habgier. Er ist Tarzan. Sie sind Jane. Er wird sie holen. Alexander Skarsgård, Margot Robey und Christoph Waltz in Legend of Tarzan. Sonntag 20 Uhr exklusiv auf Teleclub Cinema.